Dominik Volnitschek, eine gute Verkäufe gegen L'Anglenthal 4-3. Ich denke, ihr seid froh, wieder zu gewinnen vor Ihrem Publikum zu gewinnen. Es ist wunderschön, wieder einmal hier vor unseren Fans zu gewinnen. Wir haben sechs Mal nacheinander verloren. Es ist eine schöne Sache, dass wir ihnen etwas zurückgeben können, weil wir gesehen, dass es nicht so zufrieden waren die letzten paar Matches. Es sind zwei Matches vor der Ende der Saison. Welchen Objektiven der Team vor den Playoffs? Ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir jetzt auf dem ersten und dritten Drittel aufbauen. Im zweiten Drittel hatten wir eine Phase, in der wir nicht so gut gespielt haben. Aber schlussendlich müssen wir jetzt vorwärts schauen. Es sind noch sechs Punkte, die wir holen können. Und schlussendlich sehen wir, ob wir siebten oder achten sind. Vielen Dank, Dominik.